Jetzt ist nur die Frage, also wir haben ja noch diese eine Basis nicht gefunden, Maida's, ich meine Maida hieß sie, ist auch egal, wir nennen die jetzt einfach Maida, Maida's Base, die haben nicht gefunden, ob wir da die Abauerkomponente finden, kann ich mir fast nicht vorstellen, ich weiß es nicht, mal gucken. Wir werden auf jeden Fall, wenn wir die Komponente gefunden haben und alles gebaut haben, werden wir hier mit dem Krebs runtergehen, das wird dann mehr oder weniger für den Krebs wahrscheinlich auch final sein, weil ich habe keine Ahnung, ob wir da wieder hochkommen, vielleicht mit dem Ente haken und den Schub düsen, wenn wir den dann haben, aber sonst wird es schwierig. Aber cool, ich will noch mal ganz kurz hier Screenshot machen, tut mir leid. Ja, ich mache vielleicht mal Licht an, hier ist ja kein Vieh mehr, dann seht ihr vielleicht mehr, ich habe sonst Schiss, dass ihr kaum was sehen könnt, im Spielbildschirm ist es immer was heller, als wenn man das nach dem Rendern sieht. Aber cool, also hier geht es auf jeden Fall noch runter. Jetzt stellt sich mir doch die Frage, direkt neben unserer Basis war eine Komponente, wir haben die andere Komponente gefunden in der Lilliped-Höhle. Gibt es noch eine Höhle oder gibt es noch die dritte Komponente, vielleicht gar nicht, kommt die noch? Oder aber, finden wir die hier irgendwo noch? Vielleicht jetzt nicht mehr hier in dem Areal, weil es nicht mehr tiefer geht, oder? Geht doch. Vielleicht nicht unbedingt mehr hier, aber da geht es halt zu diesem Crystal Cave, da sieht man es ja hinten, da geht es halt zu dieser Fabrication Cave, wie auch immer. Vielleicht ist es nicht um den Kier, aber hinten, wo dieser Leviathan rumschwört, kann ja sein, dass da noch was ist. Da wäre es halt cool, wenn wir den Krebsanzug hätten, weil damit würde ich mich doch ein bisschen wohler fühlen. Charatchats klingeln wird. Damit würde ich mich doch ein bisschen wohler fühlen. Hier kommen wir her, ne? Hier geht es ja in den Fabrication Cave, okay. Also gibt es zwei Zugänge, auf gut Deutsch. Und wenn wir den Kier, wenn wir den Kier, werfen, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Boah, wir stellen gerade, wir stellen, also ich habe gerade so viele Fragen. Finden. Okay, nicht gut, gar nicht gut, überhaupt nicht gut. Shit, ich komme nicht mehr weg. Okay, also wir sind quasi gerade in dem Areal, wo das Vieh sich bewegt. Also wo ich gerade meinte, dass wir da vielleicht noch etwas finden könnten. Und ich wäre gerade gerne woanders. Wir versuchen zwar hier rein zu retten, aber hier kommen wir nicht. Moment mal, wir sind doch bei uns. Das wundert mich jetzt. Das ist, wir sind doch bei uns im Areal hier. Guck mal, hier ist das Tauchtog. Ist der jetzt hier rübergekommen? Das wundert mich jetzt doch ein bisschen. Okay, wir sind auf jeden Fall wieder einigermaßen safe. Reparieren mal ganz kurz. Und machen an der Stelle mal ganz kurze Pause. Ich muss mal gucken, ob es gerade eben geklingelt hat. Moment, bis gleich. So, ich habe die kurze kreative Pause mal genutzt und mal nachgelesen tatsächlich, ob es überhaupt ein Tiefenmodul für den Krebs schon gibt. Äh, also es, so wie es aussieht, gibt es mit dem Deep Dive Update noch kein Tiefenmodul für den Krebs. Zumindest hat es noch keiner gefunden. Mich hat es halt nur ein bisschen gewundert, weil wir schon so viel gefunden haben für den Krebs an Modifications, was die Arme betrifft und sowas. Aber noch gar nichts zum Tiefenmodul. Das ist eigentlich seltsam. Gibt es scheinbar noch nicht. Das heißt, wir lassen den Krebs einfach hier oben stehen. Wir können ja mal ganz kurz gucken, ob es dem gut geht. Aber ich denke mal, da ist nichts passiert. Und dann würde ich doch sagen, äh, verfolgen wir jetzt auch so langsam mal Plan B. Bei dem geht es gut hier. Da passiert nichts. Kann ja hier auch schön stehen bleiben. Ich denke mal, hier wird er auch nicht gesehen werden. In dem Vieh da hinten. Da passiert nichts. Ich könnte noch ein Stück rübersetzen. Pass auf. So. Wir sind noch mehr geschützt, auf gut Deutsch. Da kommt das Vieh auf gar keinen Fall rein. Würde mich doch sehr wundern. So. Ja, das sieht gut aus. Okay. So, lassen wir es. Wir gehen jetzt mal kurz in die Basis holen. Auf jeden Fall die Batterien. Und dann würde ich sagen, fahren wir mit dem Seatrack, wie gesagt, hoch und erkunden da ein bisschen die Gegend. Und weil, ich habe eben mal so überlegt, wir haben das erste Teil, also die erste Bauerkomponente bei den Jelly-Höhlen gefunden. Die zweite jetzt bei den Crystal Case, wo auch die Fabrikation ist. Da wird das dritte nicht auch hier rumliegen. Glaube ich nicht. Außer bin ich noch nicht so scharf drauf, ohne die Abwehr von unserem U-Boot die ganze Zeit bei diesem Leviathan da rum zu düsen. Das hätte ich lieber mit dem Krebsanzug gemacht, tatsächlich. Weil damit kriegen wir vielleicht sogar platt. Oder eher uns zumindest, nicht so schnell. Ich würde lieber in die Oberfläche schwimmen. Oder Richtung Oberfläche und da ein bisschen erkunden noch. Hat, glaube ich, mehr Sinn. Oder macht mehr Sinn. Haben wir hier irgendwas, was wir noch machen wollten? Nee, ne? Nee, alles gut. Wir hatten auch erstmal alles soweit gebaut. Die Basis ist voll funktional. Schade, dass der Krebs nicht angedockt ist, aber er steht ja in der Nähe. Mein Gott, wenn wir ihn brauchen, wenn wir ein Modul finden, vielleicht kommt es auch erst im nächsten Update. Dann können wir das ja direkt installieren hier. Und dann haben wir unseren Krebs auch hier unten im Einsatzbereich. Und dann können die großen Rohstoffvorkommen endlich mal abfahren. Weil es bietet sich so an, hier unten die Krebs zu nutzen. Oh, warte, 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 nee, nee, keine gute Idee, keine gute Idee. Wir haben nur 15% auf dem Akku. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das ist mir zu gefährlich hier. So. Jetzt aber. Oh, schon lang unterwegs jetzt. Ab geht er. Ich hoffe, wir kommen jetzt ja auch heil raus. Repariert habe ich die Lutze. Die kann mich jetzt erst mal so. Nix mit Flüssigkeit. Ich bin erst mal ja rausgefahren und dann können wir gerne gucken. Ich glaube nicht, dass hier unten noch was ist. Aber wie gesagt, nee, das ist mir zu jeck. Ohne Krebsanzug. Ich hatte ja gehofft, dass mit dem... Oh, das war eine Scheißidee. Das war eine richtige blöde Idee gerade. Ah, so kommen wir rum. Okay. Ja, du mich auch. So. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Ich glaube, wir fahren einfach nur wieder zurück. Kann das sein? Boah, ich wollte jetzt eigentlich hier nicht weiter auf Erkundungstour gehen. Das ist, äh... Ganz eigentlich mehr oder weniger das Viertz. Ach Gott, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Wieder reingetrieben. Da vorne ist er, ne? Ne, da fahren wir in die Richtung vielleicht besser nicht. Und fahren einfach hier lang. Und ich befürchte, dass wir gerade im Kreis fahren. Komm, wir nutzen mal ganz kurz die Zeit, wenn das Vieh hier da vorne ist, dass wir hier vielleicht uns was zu essen machen. Da hätten wir Fische mitnehmen können, ne? Wenn wir nachdenken, wir hätten Fische mitnehmen können aus der Basis. Das wäre vielleicht noch eine Idee gewesen. Ja, komm. Wir müssen ja nur hier rauskommen. Den Rest gehen wir hin. Ah, wunderbar, wunderbar. Haben wir ja noch genug. Okay. Da ist die Basis. Ne, wir fahren wieder zurück, mehr oder weniger. Wir müssen vorne raus. Das hat keinen Zweck. Wir müssen da hin, wo das Vieh ist. Sonst finden wir hier nicht raus. Hier so ein bisschen Schutz der Kristalle. Also hier fühle ich mich zumindest ein bisschen geschützt. Ob das wirklich so ist, ist eine andere Sache. Er kann ja auch durch die ganzen Berg glitschen hier, ne? Ich meine, da hat er kein Problem mit. Es ist Glitschi, der große Regenwurm. Wir hängen fest. Kommt sehr gut in der Nähe von so einem Vieh. Da hängt man gerne fest. Da lässt man sich Zeit. Da macht man auch gerne mal ne Raucherpause oder so. So, keine Ahnung. So, hoch. Ist mir egal, was ist. Wir fahren einfach hoch. Einfach hoch. Einfach mal hochfahren. Und hoffen, dass wir nicht stecken bleiben. Schön. So. Wir müssen... Ja, wir gucken uns hier mal ein bisschen. Und wir müssen ja irgendwie... Wird es hier vielleicht noch was geben, oder? Ich meine, irgendwo gibt es ja noch diese komische Basis. Die erste... Es gab ja auch im Lost River eine versteckte Basis. Mich würde es ja nicht wundern, wenn die das doch hier irgendwie reingebracht haben. Es ist ja so viel zum Thema MK1-Modul. Für den Krebs. Hier liegen überall Arme rum. Hier Torpedoarm, der Schubkanonarm. Überall. Aber... Da komme ich weiter. Aber wir finden kein Tiefenmodul. Das ist schon seltsam. Aber klar, wenn es nicht im Spiel drin ist, erklärt das vieles. Das ist halt ein bisschen schade, weil hier unten haben sie so viel große Rohstoffvorkommen reingepackt. Man kann sie nicht abbauen. Noch nicht mal hier kommen wir hin. 400 Meter ist ohne... Modul die Grenze. Sade. Dafür haben wir die Mine hinten. Was war das? Das ist übrigens... Ist das nicht der große Gang, den wir mal sowieso nachgehen wollten? Boah, die Musik ist so komisch hier. Hier sind Tree Spires, ne? Wie heißt das? Das sieht aus wie so ein Zugang für ein großes U-Boot. Oh, das sieht geil aus. Sorry. Ich muss mal wieder. Ich habe dir gesagt, nicht zu folgen, Alterra. Jetzt hast du ein Problem. Wo bist du? Warum bist du schüttet? Du kennst wie viele Verkaufs sind auf mich. Wie kann ich? Du hast mir nicht gesagt, mein Name. Das Name kommt mit einem Preis. Mehr Basis. Du willst wirklich wissen, komm, sieh mich. Der Kode auf der Tür ist 2247. Was hat die jetzt gesagt? Warte mal, ich lese es nochmal vor. Pilotin, Alterra, ich habe gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Jetzt hast du ein Problem. Robin, wo sind sie? Warum verstecken sie sich? Pilotin, hast du eine Ahnung, wie viele Anwälte hinter mir her sind? Robin, woher sollte ich? Woher sollte ich? Sie haben ihren Namen nicht genannt. Pilotin, das kostet dich was. Wenn du ihn wirklich wissen willst, komm mich besuchen. Der Türcode ist 2247. Geil. Ist hier irgendwas Gefährliches? Im ersten Teil war alles gefährliches, da in der Nähe. Ach komm, ich parke einfach mal hier. Bitte, lass mich eine Boje dabei haben. Jawohl. Jawohl. So, wir speichern direkt. Geile Sache. Da muss ich grob gucken, wo das ist. Wir sind jetzt... Wie haben wir das gemacht? Wir sind raus und dann rechts rum gefahren, anstatt links rum, ne? Ne, wir sind raus und sind links rum bei dem Wurm, statt rechts rum. So rum war es. Links rum und dann sind wir automatisch hier hingekommen. Cool. Äh, ist das jetzt eigentlich mal Ida? Pilotenbasis. Komm, ich nenne es einfach... Äh, Pilotenbasis. Ach komm, wir nennen sie mal Ida. Ist mir scheißegal. Ich nenne die ganze Zeit mal Ida. Wenn es nicht stimmt, stimmt es nicht. So. Jetzt heißt sie mal Ida-Basis. Wie hieß die denn hier? Sie hat ja keinen Namen genannt. Wir wissen nicht, ob das Maida ist. Ich meine, aber es stand irgendwas mit Maida. Maida-Basis. Cool. So, wir kommen hier rein. Ein paar Subs müssen sein. So. Warte, das jetzt? Warte, ich muss nochmal. Sorry. Oh, cool. Jetzt kommt, jetzt kommt. Das haben wir auch noch nicht hier. Wie geil. Guck mal. Geile Sache. Wie kommen wir jetzt hier rein? Hier ist ein, äh, Tog-Tog. Trocken. Tog. Ach, das ist ein Krebsanzug. Ich dachte gerade, das wirkt ein Vieh oder was. Wie geil ist das denn? Hallo? Ah, okay. Irgendwie fest. Kann man den jetzt scannen? Guck mal, der sieht so selbstgemacht aus. So kreativ. Könnte man auch sagen. Ich glaube, hier gibt es nichts zu scannen. Wie war das? 2247 hat die was eben gesagt, ne? Hallöchen! Names Marguerite Meder. Now, Doch Meder. Hast du einen Stalker trainiert? Wie lange hast du hier been? Wenn du mir hilfst, Ich werde dich nicht töten. Es ist ein Start. Okay. Du kannst hier bleiben, um deine Wunderschöne zu holen. Die Moment, die ist schon ein bisschen alt und, keine Ahnung, ein bisschen verbittert. Also das ist die Marguerite Maida. Die hat uns mehr oder weniger jetzt hier reingelassen und hat, wir haben sie nach der Tafel gefragt, ob sie uns die geben würde, aber das wollte sie nicht. Jetzt hat sie es dem Vieh gegeben. Da haben wir gefragt, wenn wir ihr helfen würden, ob es uns die Tafel gibt. Darauf meinte sie, sie würde uns am Leben lassen, also wir dürfen erst mal hier verweilen. Die Tafel brauchen wir auch noch. Die kann man noch nicht bauen, die Violette. Oder überhaupt eine Tafel. Vertraulich. Cool. Sehr geil. Eben noch an die blöde Basis gedacht, jetzt da ist sie. Geile Sache. Kann man hier jetzt irgendwas scannen? Kann man hier irgendwas machen? Haben wir hier irgendwas Tolles? Kann man das Vieh scannen? Die hat, so ein Pirscher hat sie sich ja gezähmt. Der sieht aus wie tot jetzt. Der bewegt schon nicht mehr mehr. Der atmet noch nicht mehr. Na, soll ich? Geht nicht. Er sagt, dass ich sie nicht kille und mir einfach die Tafel hole. Was guckst du denn da? Neuesten Shit auf Amazon, ja? Bisschen Amazon, ja? Ach guck, was haben wir denn hier? Warte mal, kann man das nehmen? Oh, wie geil. Das ist das Modul, was ich die ganze Zeit bauen will. Wie geil ist das denn? Was ich bis jetzt noch nicht bauen konnte? Seebahnperimeter Abwehrmodul. Das ist das Ding, wovon ich die ganze Zeit spreche. Wie geil. Ja, cool. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.